Wow, Freunde, was ist denn hier los? Bei MonMuji ist einfach etwas Neues gespawnt. Buffalo, was machst du hier? Ah, da kommst du ja endlich. Oh mein... Ich hab schon ein Lagerfeuer gesetzt. So lange hat es gedauert, dass du endlich da bist. Leute, was ist denn hier los? Das sieht doch aus wie ein... Wähle nicht das falsche... Diamantkreis... Äh, YouTuber-Portal? Äh, okay. Ja, sieht so aus. Also, wir haben hier einmal irgend so ein Ei, was hier rumspringt. Und wir haben einmal Lumex. Okay, das sieht schon mal ganz cool aus. Dann haben wir hier... Das ist doch, äh, I-Cry-Max, oder? Ja, stimmt, das ist I-Cry-Max. Okay, dann haben wir hier... Wow, Ucri, was geht ab? Yeah! Hey, Ucri, was geht? Und einmal Dr. Bangs. Und Paluten als letztes. So, und wir haben hier Kisten-Bufflo. Und mit jeder Kiste... Also, jede Kiste ist einem Portal zugeordnet. Das heißt, wenn wir jetzt in das Lumex-Portal gehen, müssen wir die Sachen aus dieser Kiste benutzen. Und so weiter und so fort. Leute, lasst ein Like, abonniere den Kanal, aktiviert die Glocke. Und schaut das Video bis zum Schluss um, damit keins der Portale verpasst. Denn die werden immer krasser. So. Bufflo, ich würde aber sagen, ich habe irgendwie richtig Bock, auch in das I-Cry-Max-Portal zu gehen. Du? In das I-Cry-Max-Portal? Das heißt, wir dürfen dann auch die Sachen aus dieser Kupferkiste nehmen. Und dann würde ich sagen, Leute, machen wir das jetzt. Und zwar, was haben wir hier drin? Okay, okay, okay. Eine komplette Prototype-Rüstung. Fünf Goldäpfel und so eine Pistole. Und Leute, damit gehen wir jetzt in das I-Cry-Max-Portal. Wenn wir da jetzt reingehen sollen, dann lasst mal alle jetzt auf das Video ein Like da. Drei, zwei, eins. Alle liken. Und dann würde ich sagen, Bufflo, jetzt kannst du mich reinschubsen. Jetzt soll ich dich reinschubsen. Okay, und. Wow. Alter, komm mal rein. Hier sind. Was ist das denn? Alter, guckt euch das mal an, Leute. Es ist eine I-Cry-Max-Armee. Warte mal. Was geht ab? Äh, guck mal. Wir müssen doch nicht den richtigen I-Cry-Max-Portal. Ja, warte mal. Guck mal, der Skin I-Cry-Max-Richtiger-Skin hat eigentlich eine Goldkette an und keine Silberkette. Wirklich? Ja. Guck. Ich bin 100% sicher. Wir müssen den mit der Goldkette finden, Leute. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal. Oh Gott, das wird ein Reh. Okay, das wird jetzt ein bisschen dauern, Leute. Aber egal, das macht irgendwie ein bisschen Spaß. Ich sehe hier noch gar keinen. Ja, die haben alle eine Silberkette an, Leute. Ich muss sagen, das macht sich gerade richtig Spaß hier, weil die alle One-Hit sind. Oha. War da einer nicht One-Hit? Ja, aber der hatte nur eine Silberkette. Ich glaube, der, der mit der Goldkette, der richtige I-Cry-Max, Leute, der wird auch viel stärker sein. Dann werden wir auch unsere Ausrüstung gebrauchen. So, wo ist der Skin mit der Goldkette, Leute? Was ist denn hier los? I-Cry-Max, wo bist du? Das sind alles Fakes. Hä? Es gibt hier gar keinen echten. Wir machen jetzt mal alle durch. Das muss eingeben. Sonst macht das ganze Portal ja gar keinen Sinn, Leute. So, wir haben gleich alle. Ich habe irgendwas Goldenes gesehen. Da ist der richtige I-Cry-Max, Leute. Oh mein Gott. Mal sehen. Ja, der ist viel stärker. Guck mal, da hat voll viel Leben. Let's go. Aber da hat gar keinen Chancen. Nee, wir sind zu zweit. Da kann er auch so stark sein, wie er will. Und... Bäm! Nein, was hat denn der gedroppt? Wow, ich weiß, was das ist. Geh mal her. Wow, wir haben sie voll klein gemacht. Ja, warte, hier. Nein, gibt's. Ich danke schon. Danke schon, danke schon. Du brauchst das wirklich groß zu machen. Wow, kann ich das auch mal haben? Wow, Leute, das ist eines der geilsten Motte überhaupt. Guck mal, kann ich einfach so, warte. Klein machen! Und wieder groß. Okay, ey, das erste Portal war schon mal richtig nice. Aber ich glaube mir, Leute, die anderen werden noch krasser werden. So, die Belohnung dürfen wir behalten, aber die Ausrüstung müssen wir wieder alles wieder zurückgeben. So, alles zurück. So, dann würde ich sagen, weil es so schön war, gehen wir direkt links in die Lumex-Kiste, sage ich schon, in das Lumex-Portal. Und das heißt, wir nehmen jetzt die Sachen aus der Lumex-Kiste. Okay. Lumex! Okay, okay, okay. Das sieht ja interessant aus, eine Diamant-Rüstung. Ein Amboss. Okay, Level, wir müssen uns verzaubern, Leute. Ich habe genug Level, so. Ich habe auch genug Level. Sharpness 5. Und da würde ich sagen, Buffalo, I'm ready. Oh Gott, wie groß ist denn diese Sensor, Alter? Da würde ich sagen, Leute, gehen wir in das Lumex-Portal! Da bin ich mal gespannt, was da auf uns wartet, Lumex. Willkommen zu dir! Ähm, warte mal. Hallo, Lumex! Ähm, fällt dir nicht irgendwas auf, Buffalo, an Lumex? Hm, nicht wirklich. Guck mal, erst mal, der ist klein. Wir sind alle hier auf dem Service groß. Guck mal, sein Name, der heißt doch nicht so. Stimmt, der heißt nicht so. Der heißt doch. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ist der Minecraft-Name von Lumex? Weil ich glaube nicht, dass der Real-Unterschied Lumex 1, 2, 3 ist, Leute. Ich glaube, das ist ein FAKE! Das ist einfach ein Fake! Und bam! Okay, Dietriche, erstes Level, geschafft, Leute! Und wir haben hier ein Holzschloss. Okay, mein erster Dietrich-Dandy. Erster Dietrich ist weg. Ah, nein! Buffalo, wir haben ein Problem. Mach du es bitte, probier du. Ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht hin, Leute. Ich krieg's einfach nicht hin. Früher war ich so gut da drin, mittlerweile bin ich... Oh Gott, ich zieh da direkt wieder ein. Oh, Leute! Oh, ich hab's direkt geschafft. Okay. Okay, ich glaub, real-lumex viermal... Nee, das ist auch nicht dein richtiger Name, oder? So, du Fake! Oh mein Gott! Der hat wieder Dietrich gekriegt. Nimm du die mal. Okay. Ach, jetzt muss ich das machen. Nein, in diesem heutigen Video machst du heute die Schlösser. Ich trau mich das heute nicht. Oh, das ist ein Silberschloss. Als ob du das nicht hinkriegst. Buffalo? Doch! Nein, das ist nicht... Ich hab's geschafft. Okay. So, real-Unterschied, lumex, HG... Nee, Alter, das ist auch ein Fake! Du Faker, was fakes du lumex? Mann, immer nur Fakes! Okay, Buffalo. So, das letzte Schloss. Kriegst du's hin? Oder nicht? Natürlich kriegst du's hin. Okay. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. So. Das ist doch... Das ist der richtige. Real-Unterschied, lumex mit 2x. Das ist der richtige Basketball, Bro. Ähm. Ah! Der macht mich blind! Hey, was hab ich denn getan? Ich dachte, wir würden Freude... Oh, ich bin blind. Wo bist du denn die? Hey, ich geh raus. Ich geh raus, Leute. Renn! Hä, wo gehst du hier raus? Raus, raus! Oh mein Gott, Leute. Der hat mich einfach blind gemacht mit einem Schlag. So, wo ist der? So, komm her. Wow. Okay, der ist auf jeden Fall stärker als die anderen Fakes. Ja, der ist viel, viel, viel stärker. Gott, ich sehe grad gar nix. Wow! Alter, so. Komm schon. Noch ein paar hin. Ich seh nix. Ich seh nix. Und BÄM! Oh, guck jetzt mal an. Eine Portal Gun, Leute. Wir haben einfach eine Portal Gun. Ich kann überreden. Wie cool ist das denn? Guck mal. Ich kann jetzt da einfach ein Portal machen. Und da reingehen. Und dann kriege ich... Okay, das war jetzt keine krasse Abkürzung. Aber naja. So, Buffalo. Naja, wir müssen jetzt alles wieder in die Kiste reintun. Außer natürlich die Belohnungen. Die dürfen wir behalten. So, Buffle-Moleu. Wir haben das iCrimex-Portal. Das Lumex-Portal. Und jetzt gehen wir in das Ucri-Portal. Oh mein Gott. Das heißt, wir öffnen diese Kiste hier. Genau. Wir öffnen jetzt die silberne Kiste. Und da drin ist... Wow. Was ist das denn? Warte mal. Ich zieh das mal kurz an. Und... Alter, wie krass seh ich denn aus, Leute? Wie so ein Terminator oder so ein Cyborg oder so ein Roboter. Ich hab keine Ahnung. Und einen OP-Goldapfel. Und ich bin mal gespannt. Buffalo. Warte, ich mach dir ein Portal. Moment. Geh mal... Geh mal da rein. Und ich erwarte dich drinnen. So. Kommst du rein? Let's go. Hä? Was ist das? Hier sind überall so Gräber. Und hier ist Samlaki. Warte mal. Was geht ab? Nehmt... Rechts... Mach mal rechts. Lege auf ihn. Nehmt die Schaufel aus der Kiste. Findet meinen Freund Ucri. Er ist in einem der Gräber. Aber verärgert ihn nicht. Sonst müsst ihr bezahlen. Oh mein Gott, Buffalo. Wir dürfen Ucri nicht verärgern. Okay, warte. Okay, eine Kiste ist eine Schaufel. Buffalo? Ich hab leider nur eine Schaufel. Ja. Okay, Leute. Samlaki, du stehst hier gerade auf einem Grab. Ja. Egal. Ich mach jetzt hier mal alles auf. So. Let's go. Wo bist du, Ucri? Dein Freund Samlaki sucht dich. Der muss doch hier irgendwo sein. Wetten, der ist irgendwo da hinten. Safe. Oder? Warte mal. Safe. Mach mal eins mit der Hand auf. Du kannst ja ein, zwei Stück mit der Hand aufmachen. Und ich mach mal hier. Boah, wo ist der denn, Leute? Der hätte mir aber auch echt eine bessere Schaufel geben sollen. So eine Holzschaufel ist jetzt nicht so das krasseste. Aber egal. Wie hab ich es da nicht? Okay. Nee, hier ist auch nicht. Oh, war so. Klavetten, der ist hier drin? So. Ja, natürlich ist er hier. Hey, Ucri, ich stehe auf. Deine Freund ist... Warte mal, ich mach mal hier. Hallo. Wow. Wow. Ah, das war ein Fehler. Oh, ey. Samlaki, ich hab aus Versehen Ucri verärgert. Ich hoffe, du bist jetzt nicht sauer. Oh, okay. Okay. Beide sind sauer. Die sind sauer. Okay, let's go. Angriff. Okay, Samlaki, Laki ist erledigt. Jetzt nur noch Ucri. Komm raus. Ja, ich geh durch das Portal. Wow. Okay. So. Let's go. Oh, mein Gott. Boah, ist er stark, Alter. Wir erledigen ihn. Ich muss das mal. Bam. Alter. Was hat denn der da getroppt? Plays mal. Wow. Alter. Ähm, okay, das fliegen wir am Ende des Videos, Leute. Also, bleib bis zum Schluss dran. Wir werden das nochmal am Ende versuchen zu fliegen. Aber jetzt... Wow, Alter, das ist ja echt krass. Okay. Wir müssen jetzt wieder alles in die Kiste reintun, Leute. Das sind die Regeln des heutigen Videos. So. Und die Schaufel können wir eigentlich behalten. Ähm, okay. So, jetzt haben wir nur noch Dr. Banks und ein paar Looten, Leute. Das heißt, wir können die Emerald-Kiste aufmachen. Okay. Wir haben hier eine Advent. Boah, die ist auch richtig stark, Leute. Kennt ihr wahrscheinlich auch so in vielen unserer Videos. Das ist eine der stärksten Rüstungen in Minecraft. Ich will nur sagen, gehen wir mal zu Dr. Banks rein. Und... Wow. Komm mal rein, komm mal rein. Buffalo, komm rein. Komm, 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 komm. Ich musste kurz was einstellen. Okay. Alter, guck mal, hier sind richtig viele Dr. Banks. Das ist ja ähnlich wie bei Crymax. So, ich hole die mal alle runter. Ich auch. Ich helfe dir mit. Einer wird wahrscheinlich der Richtige sein. Das ist das Rätsel. Hier. Okay. Zack. Zack. Okay, 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 okay. Wir haben es gleich. Wir haben gleich alle runtergeholt. Okay. Und alle sind unten. Let's go. Boah. Hilfe, ich bin ja umsingelt. Hilf mir, Danny. Ja, ich doch auch, Blut. Ja, oh Gott, was geht bei dir? Ich bin in der Ecke. Hilf mir. Ja, ich probier's. Alter. Komm schon, Danny. Bitte rette mich. Mist, warten schon. Oh mein Gott. Ich helfe dir. Let's go. Okay. Keiner von denen war der Richtige. Dann geht's ab in die zweite Runde. Okay, einer von denen ist der Richtige. Da, da, Banks. Welcher? Welcher? Okay, okay, okay. Der mit dem Namen. Der mit dem Namen. Okay, stimmt. So. Aber die anderen greifen mich trotzdem an. Oh, das war ein Fehler, wenn ich es nicht angreifen soll. Wir haben jetzt den Richtigen gefunden. Ich erledige die anderen, die falschen. Okay, okay, okay. Mach du die falschen. Ich probier hier den Richtigen zu erledigen. Alter, was geht denn hier ab? Oh mein Gott. Let's go. Und? Komm schon, Danny. Und? Wow. Wow. Guck mal, wie viele Diamanten. Geld, Diamanten. Willkommen, hatte. Komm raus. Ich geb dir die Hälfte. So. Hier hast du die Hälfte der Blöcke, die Hälfte Diamanten und die Hälfte des Geldes. Leute, jetzt sind wir rich, Alter. Oha, wie cool. Richtig reich. Okay. Wir tun jetzt wieder alles zurück. Außer die Belohnung natürlich. Und jetzt die letzte Küste. Die Palute. Äh, ich meine das Portal natürlich. Und wir gucken mal in die Palutenkiste rein. Das ist ein Diamant. Oha, wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Wir haben eine komplette Rainbow-Rüstung. Ein Spectrate-Schwert. Ähm. Was auch. Okay, das macht irgendwie so einen Effekt, Leute. Da habe ich den Flammenwerfer und ich würde sagen, so. Wow. Warte. Okay, warte. Komm mal rein. Flammenwerfer aus, das. Oh, oh, oh. Man ist voll schnell. Pass auf, hier ist Lava, Buffalo, wenn du reinkommst. Wow. Ähm. Warte mal. Da ist Paluten und das ist ein Jump'n'Run. Ich habe eine richtig nice Idee, Buffalo. Guck mal. Ach, Dandy. Wir können uns das Jump'n'Run aussparen. Was gedacht, Paluten? Ja, dachtest du nicht, dass wir eine Portal-Gun haben? Wow. Wow, was machst du denn? Du machst das Jump'n'Run? Rüsten? Okay, mit der Rüstung. Guck mal, wie hoch du springen kannst. Ja, okay, mit der Rüstung, Leute, ist das ja wirklich easy. So, jetzt ist die Frage, bist du böse oder nicht? Okay, er ist böse. Ich gehe hier durchs Portal. Wow. Kommt der hier rein? Er kommt gar nicht hinterher. Wow. Alter, ich brauche voll viel Schaden. Alle uneinschwerden. Ich habe voll viele Effekte. Warte. Wow. Bam. Okay, Leute, let's go. Dann werden die Paluten jetzt nochmal erledigen. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. So, wir holen die jetzt raus. Zack. Und. Wow. Warte, ich schubse ihn rein, ich schubse ihn rein. Ich schubse ihn rein. Schubse ihn rein. Komm. Wo ist denn? Hä? Paluten? Wow. Ähm. Oh. Okay. Dann war es das wohl mit Paluten, Leute. Dann kriegen wir hier anscheinend keine Belohnung, Buffalo. Wo bist du? Ich glaube auch nicht, aber ich bin draußen. Oh, schade. Wir hätten das nicht mit der Portcam machen sollen. Leute. Wenn euch das Video gefallen hat und mehr von sowas sehen wollen, lasst einen Like da. Abonniere den Kanal. Aktiviert die Glocke. Buffalo fliegt das Ding jetzt nochmal. Wow, Alter. Let's go. Abonniert auf Buffalo. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Da haut Buffalo ab.